Die war die dunkelste. Hinter... hinter... Der hat was Leckeres in der Tasche, wa? Da brauchst du ja nicht mal Kommandos legen. Hey, Christiani, was du hast? Geht doch, dein Hund. Man hat's alleine ohne Kommandos. Ja, weil du die Taschen voll Futter hast. Das beste ist Futter. Ja, und jetzt hast du kein Futter in der Tasche, oder? Das ist doch sowieso weiter heran.